Harmhhh Harraloben Bin ich ganz deiner Meinung? Ich finde aber du solltest noch aggressiver vorgehen Harl告 Harlalalalala Hahaha Ich bin ausgestiegen und bin vorgegen so einen Pfeiler geklatscht. Oh, ist das schön, das passiert sonst nur mir. Oh, ist das schön. Oh, oh, what the fuck? Da ist einfach mal der Damm gebrochen. Oh Mann, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür kriegen würde, wenn ich das höre, Alter. Oh shit, da ist einfach mal der Damm gebrochen, Baby. Nein, oh. Oh, da oben kreist der Heli. Ja. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung, die Wolken sind ein bisschen dicht. Wo ist er hin? Äh, das hier, ich glaube hier liegt er, oder? Hier bei Bertha sind einige. Ja, ja. Mein ich gesehen zu haben. Ich sehe niemanden. Oh, die sind so weit weg. Oh, auf dem Dach wieder. Oh, sehr schön. Oh, von hinten. Was muss er? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alter, ein Schuss. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das ist ein Heli. Oh, das war so knapp. Das lässt mich, das lässt mich knapp nochmal. Oh. Was hast du denn? Was ich habe? Ja. My days. I've got my days. Welcome to my days. Was machen die nochmal? Irgendwelche Adventure Sachen, oder? My days? My days. Keine Ahnung. Ist das nicht Thomas Cook oder so eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ich weiß nicht, ob Thomas Cook irgendwas mit my days zu tun hat. Oh, Granate. Von wo? Ich weiß es nicht. Doch, hier. Oh Gott. Ja. Ich gehe rüber und gucke. Oder hast du schon jemanden getötet? Da wirst du nicht mehr zu sehen. Naja, da hast du recht. Aber da unten ist ein Boot. Vielleicht schießt das Boot Granaten hoch. Vielleicht schießt das Boot Granaten hoch. Hui. Ich gehe mal auf Dächer. Weil auf Dächern... Nein! Du musst Kirschen essen. Aaaaaah. The fuck? Hä? Wo? Was? Ist gerade passiert? Ach, ich bin die... Ich bin die Leiter wieder hoch obwohl ich runter gesprungen bin. Das macht natürlich Sinn. Ich habe ein 180 in der Luft gemacht ohne es zu sehen. Ich bin... Ich bin so ein krasser Skateboarder. Ein Skateboarder ist... Ist ja voll... Voll... Ähm... Ne, aber unbewusst weißt du? Un... Unbewusst. Ein unbewusster 180? Besser als ein bewusster... Ein frickener Levy! Ja. Ein... Was? Äh... Keine Ahnung. Aber... Trifft dann trotzdem was? Aber es macht nur nicht viel Schaden oder ist es dann komplett weg? Ne, es ist... Äh... Wird gar nicht getroffen. So, ja. Das macht natürlich... Das macht natürlich auch Sinn für die Realität. Das ist... Das ist super. Ja, es ist ja die nahe Zukunft hier das ganze Thema. Ach so, es ist die nahe Zukunft. Ja, stimmt. Da... Da gibt's... Da gibt's Schutz für... Für Tanks. Aber der ist nur temporär. Weißt du? Wie viele Leute da bei Dora sind... Sehr interessant. Ich geh... Ich geh mal zu Cumshot und... Und versuch da mal ein bisschen was zu reißen. Okay. Jetzt ziemlich viele Leute sind... Ich bin tot. Ich hätte vorher eine Granate hinwerfen sollen, weil so hat mich Ulf wieder gezögert. Ulf? Ulf. Ulf ist ja ne Arschlochkuh, ey. Ich weiß nicht. Der ist 86 geboren? Oh, guck mal. Ich bin bei dir. Mhm. Machst du ihn kaputt jetzt? Ne. Wieso nicht? Sollen wir ruhig jemanden einsteigen? Ach so, da ist noch niemand drin? Ne. Aua. Doch, da ist niemand drin. Da ist doch jemand drin? Ne, 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 ne. Der wird nur als gegnerisches Fahrzeug angezeigt, weil... Das ist ja so. Weil wir da nicht einsteigen können. Weil das... Wie ist das hier? So. Wie viele Raketen da drauf gegangen sind, ey. Ja. Oh. Sniper. Ja, ja, ja. Hahaha. Ich hab' mich gekriegt. Hahaha. Das war so schön. Hier sind Schwimmer. Fußschwimmer. Hier sind vor allem Boote oder sowas. Oh! Das ist ja unser Boot. Glück, da hast du dich kurz Angst. Oh, was? Crashbericht. Nein! Was? Crashbericht. Dein Spiel ist ein Crash. Nee. Ich hab' einen Crashbericht. Origin Neustart, aber ich kann jetzt weiterspielen. Das ist ja lustig. Das ist doch gut. Aha! Das ist mega belastend. Aber ich bin rausgekickt worden. Ich weiß nicht warum. Der Heli könnte kaputt sein. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher. Warum nicht? Aua! 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 Ähm. Hallo? Ähm. Ich kann gerade nichts mehr machen. Ja, nee. Ist klar, Alter. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Unmöglich. Was ist denn los, Basti? Ach, ich war hinter an der Deckung und der hat mich in den Kopf geschossen. Mir in den Kopf geschossen. Gibt ja gar nicht so gut. Ich bin bei... Na wo? Was? Blöde. Komm schon, nimm ein, das Stück. Die find ich voll blöd. Die von... Oh, ich hab geschossen. Schenk mal bei du rein. Hallo? Na Jungs? Ich wollte da Punkte abtreiben. Das ist gut. Geht das hier schneller und ich kann zum Kampschot rüber rennen. Und mir eine Ladung da abholen. Hör mal. Oh, kann ich den messern zufällig? Oder seinen Kumpel? Nein! Oh, den hab ich nicht mal was abgezockt. Scheiße. Wieso ist denn... Wieso... Was ist denn hier eigentlich los, ey? Basti, wovon wirst du denn... Hier ist... Hier ist irgendwo jemand. Ich geh mal raus, du tötest ihn. Oder hockt er direkt hier in der Ecke. Entweder er ist oben... Ich seh niemanden. Doch, hier hinten. Hinter dem grünen Ding. Rasten. Alter, das ist doch nicht wahr. Ich hab ihn. Naja. Ja, ich hab auch nur noch 21%. Das Wasser nervt ja schon ein bisschen. Ja, wenn man langsam unterwegs ist. Es wär schön, wenn man hier nen Jet Ski hätte. Ein Jet Ski. Klar, Lorm schwimmen. Guck mal, der Hegel hängt hier immer noch. Ja. Der explodiert auch nicht, wa? Guck mal, da oben ist einer. Ja. Ich hör mal zu CESARO. Ja. Äh, hoff ich zumindest. Da oben war auch gerade jemand vorsichtig. Also direkt über unseren Köpfen quasi. Nee. Was nicht wo der hingegangen ist. Ne? Ich hab ihn hier markiert. Na? Tasten? Ja. Ja, ja. Ist das eigentlich unser Heli? Nee, ma? Ich weiß es nicht. Wenn's nicht unser Heli ist, dann nicht zerstören auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das sieht, das sieht chinesisch aus. Oh, nee, nee, es ist nicht unser Heli. Ist nicht unser Heli. Ist nicht unser Heli. Gut. Dann, äh, lassen wir den da stehen. Ich erkenne, ich erkenne Patrick von Spongebob auf dem Heli. Und das ist, äh, vom CK-Clan irgendwie. Zeichen. Weißt du die? Ja, ja, ja. Oh, hier, Basti, du bist bei Kampfshot. Ist korrekt. Darf ich dir, darf ich dir etwas Unterstützung bringen? Bitte assistiere mir. Hm. Das wäre total schön. Denn solche Dinge mag ich gern. Bei Kampfshots assistieren? Was soll ich denn machen? Oh, ich werde besnipert. Ich weiß nicht von wo. Zu B laufen. Okay. Ich habe die Rechnung ohne mein Team gemacht. Nummer eins. Wow. Ich wollte jetzt immer, immer neu mit Zählen anfangen. Je nachdem. Wieso sterben die Leute denn nicht? Der will dich. Der will dich nicht tö schon total aufreizen weißt du die so ein peace Zeichen machen und dann und dann zur frau gucken und sagen du machst mich so an Da sind hier viele Leute. Ich geh zu Kampffschaut. Oh, man. Down. Wer ist down? Ich. Oh. Wer denn auch sonst? Shit. Oh, Heli. What? Ernsthaft? Nein, was? Was denn? Der war doch schon lange über mich hinweg. Nee, der hat runtergepupst. Die können aber alle nicht so richtig fliegen, wa? Oh, Dora wird eingenommen. Oh. Ach, du hockst da in der... Ich bin jetzt im M-Track, ja? Nee, Dora wird nicht mehr eingenommen. Hä? Was ist denn hier los, ey? Bist du auch bei Dora? Du fucking Sackteile hier. Durch die ich nicht durchkomme. Geht, bin ich mal weg hier? Doch nicht, ich bin tot. Was soll das denn? Wieso wurde mir angezeigt, dass Dora angegriffen wird, obwohl Dora nicht angegriffen wird? Ich weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Kann man mit dem M-Track... Oh, da kann man ja wegfahren. Das ist gut. Kann mit dem M-Track eigentlich wegfahren? Ich war mir unschlüssig. Ja, ja, ja. Das ist mir durchaus aufgefallen. Ich schwimme irgendwie nicht. Das war hier. Wir losen gerade ganz schön. Meinst du? Also wir werden auf jeden Fall schlechter gerade. Wo bist du denn eigentlich? Oh, ernsthaft? Ich bin schon ausgestiegen. Ich bin schon ausgestiegen. Ey, Mann. Aber der hat sich selbst in die Luft gesprengt, ey. Der ZK-er. Verzeihung, bitte. Kein Problem. Oh shit, jetzt bin ich hier eingestiegen. Wollte eigentlich noch ein bisschen... Wow, da ist irgendein Haus. Kann mal passieren. Sag mal, willst du mich verarschen? Wie konnte der mich bitte noch... Nummer 1! Ich hätte ihn erst erschießen müssen und dann sein Kumpel. Und dann den für mich sexy machen müssen. immer die falschen nun stirbt doch mal du blöder penner gleich rüber so was was von hinten was sie los krieg ich glaube das nennt man krieg ich würde jetzt zu nah gehen ja ich glaube wir haben schon ganz alleine druck gemacht war das schön das war es war durchgängig eine 10 glaube ich wie kommt man denn hier am besten rein von der seite von sie zeit das wird gerade angetragen haben wieder die punkte gegen wir jahr die jahre jahre ooooh das ist ein heli das ist total geil auf die Helis Helikopter, das ist ein feindlicher Helikopter der segelt da sogar so nein diese Maschinebewehr kommt nicht höher, wa? das kenne ich ein bisschen obwohl meins kein Maschinengewehr ist wollte ich auch gerade sagen, das ist eine Pumpgun die ganze Ladung im Gesicht verstreut mit Streufaktor 10.000 die werden auch gut und gern zurückgeschlagen muss ich sagen, die fallen einfach dann zurück ins Bett ich glaube ich sprinte in Richtung Dick Dick ich weiß nicht ob das Gute oder Schlecht ist ich versuch's einfach mal tu das doch einfach mal ich mein woher kommt der Amtrak? so unbedingt schaden kann das ja nicht war hier oben nicht gerade jemand ah shit aber da hinten irgendwie wackelt mir das zu viel alles wir sollen denn dabei wir sollen denn dabei also jetzt mehr ehrlich wir sollen denn dabei eigentlich ja das ist halt auch so ein bisschen blöd im Wasser da wackelt auch alles die ganze Schwungmasse oh anal wird angegriffen ich muss gar mal überlegen aber es wäre sinnvoller wenn ich mit mit meinen Homies irgendwie zu Kampshout gehe oh Gott ja was denn ich hab ihn noch gekriegt lass mich rüber laufen hi wieso kann ich nicht durch den Scheiß schießen vergiss es freundchen ja Baby Nummer 3 ich meinte Nummer 3 C4 oh no what wo ist denn der wieso wird mir der Mann nicht angezeigt wer denn ich wurde mit C4 getörtet 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 da war ich stell dir mal vor so clownstechnisch ja und dann hast du da C4 in der Torte ja total geil total geil ich bin in dir drin alter geil unser Boot ist gerade weggefahren ist schade warum ist ein Heli und zack oh komm nochmal wir machen jetzt Sniper Action Sniper Heli da nee nee ich glaube er will dorthin ich schätze auf da so gleich zieht er uns ab ja pass auf er schieß direkt nee doch nein das gibt's auch nicht hat er dich erwischt alter ja na klar ich hab nur noch eine Rakete komm der ist direkt über dir ja nein ja nein bist du noch da ja hallo bist du ja komm können ach Gott mach einfach oh der geht down yeah das war wegen unserer natürlich ja der war nur auf uns äh äh fokussiert man muss sich dann halt auch einfach mal opfern zu Emil Emil glaube ich ist näher weil Emil wird schon angegriffen nee aber das ist auch ein Gegner insofern das passt schon ähm ich gehe stark davon aus dass wir Emil ähm schießen dass wir es gerade noch so reißen ich glaube auch oh Vorsicht direkt vor uns ist einer ja Pistole der ist tot da hinten ist noch einer Alter da kommt hier plötzlich ein Boot angerast Vorsicht von links ist ein ja LEV ja na oh shit die schießen natürlich ah da ist noch jemand fuck oh Gott Boot, LEV alles ist da da ist einfach alles alles ist da Michael Jackson hat sich auch angekündigt wirklich hm hat er endlich mal einen respawn ja ja man der hatte mega lag da ist ein LEV direkt mit uns ja ich gehe auch gerade ein bisschen ich bin tot ich habe halt nichts mehr na ich komme mal mit Moon ich komme mit Moon ich komme mit Moon mein Freund ich komme mit Moon ah ich glaube bis bald in ich Vorsicht back das đó ich das